Die Informatik ermöglicht die Digitalisierung. Und die Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, eröffnen sich eigentlich dem Informatiker als dem Akteur in diesem ganzen Geschehen. Denn es ist so, dass der ganze digitale Wandel, der kommt ja nicht einfach, so wie überall zu lesen ist, sondern wir machen ihn. Und zwar wir Informatiker, wir Informatikerinnen machen ihn. Und dadurch ist die Informatik als Disziplin schon längst keine rein technische Disziplin mehr. Sondern es geht eigentlich um Macht. Daten sind nicht nur das neue Öl, wie es heißt, sondern Daten sind die neue Macht. Data is power. Und das gibt dem Informatiker einfach einen neuen, völlig ungeahnten Handlungsspielraum, der gigantisches Potenzial hat, aber auch große, große Herausforderungen hat. Und viele Informatiker scheuen sich eigentlich davor, das anzunehmen, weil sie einfach dafür gar nicht ausgebildet sind. Aber man muss sich diesen Herausforderungen stellen. Ich sehe da drei Aspekte tatsächlich, die würde ich mal nennen wollen Ehrlichkeit, Verantwortung und Weitsicht. Das führt uns eigentlich zu Immanuel Kant. Der hat in der Kritik der reinen Vernunft ja drei berühmte Fragen gestellt. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und diese Fragen stellen sich uns heute wieder an einer ganz besonderen Schwelle. Denn wenn man auf die Informatik und die Digitalisierung schaut, dann war das bisher so eine Disziplin, die hatte immer etwas ein bisschen Unfertiges, Spielerisches, Exploratives an sich und genoss so eine Art Welpenschutz. Und man muss einfach ehrlich sagen, das ist vorbei. Es ist jetzt eine ganz andere Informatik mit ganz anderen Fragen, vor der wir stehen. Man kann das vielleicht vergleichen mit dem, was vor 75 Jahren mit der Atombombe passiert ist. Als die erfunden worden ist, hat sich auch die Welt ein für alle Mal verändert. Und Günther Anders, der die Atombombe als das monströse Ereignis in der Weltgeschichte beschrieben hat, geht sogar so weit, dass er sagt, ab jetzt gibt es nur noch eine Epoche in der Weltgeschichte. Das ist die finale Epoche. Und einen Umsturz dieser Größenordnung, den haben wir hier tatsächlich vor uns. Und wenn man das einmal ehrlich anerkannt hat, dann stellt sich eben, wie damals, auch heute, die Frage nach der Verantwortung des Wissenschaftlers, des Ingenieurs, des Informatikers, der Informatikerin. Und die Frage, wie kann ich den Prozess dieser Transformation nachhaltig, weitsichtig gestalten. Das ist bei der Atombombe ja gründlich in die Hose gegangen. Und wir sollten das aber besser machen diesmal. Der Diskurs, um den es da geht, ist ja nicht der erste seiner Art. Wir hatten das eben mit der Atomdebatte schon. Wir haben das jetzt mit der Globalisierungs- und Nachhaltigkeitsdiskussion gerade in einem anderen Gebiet wieder. Und wir brauchen so eine Debatte auch für eine Art digitale Ökologie. Und ich hoffe, dass wir aus den bisherigen Debatten daraus etwas lernen können. Das ist meine erste Frage, die ich angehen möchte. Globalisierung in diesem digitalen Kontext hat aber eine leicht andere Konnotation für mich, als man sie normalerweise kennt. Weil das Grundproblem, vor dem wir eigentlich stehen, hat hängt damit zu tun, dass wir ein Verhältnis finden müssen zwischen lokalen Lösungen, die wir bauen, also Lösungen für Probleme, eine App für das Problem, eine Webseite für die Informationen, die begrenzt sind, beherrschbar sind, in einem gewissen Sinn, auch abzuschotten sind. Und auf der anderen Seite haben wir globale Systeme, das Internet, das World Wide Web, die da dahinter stehen. Und das Problem ist, dass diese lokalen Lösungen sich nicht einfach in globale Systeme übersetzen lassen. Das ist so ähnlich wie bei Achilles und der Schildkröte, die beiden, die einen Wettlauf machen. Sie kennen vielleicht die Geschichte von Zehnern. Achilles ist der schnellste Läufer der Antike und die Schildkröte hat 100 Meter Vorsprung. Und sie rechnet sich jetzt aus, lokal. Immer wenn Achilles da ist, wo ich gerade bin, bin ich schon etwas weiter und er wird mich nie einholen. Aber wie die Srennen ausgeht, wissen wir natürlich. Das ist also der zweite Punkt. Und das dritte, was mich interessiert, ist so eine Art philosophische Situierung dieses Themas. Es wird ja im Vortrag vor mir der hochgeschätzte Kollege Konrad Paul Lissmann über ontologische Aspekte der Digitalisierung reden. Und ich bin sehr gespannt darauf, weil davon verstehe ich ziemlich wenig. Und noch einen Vortrag. Vorher gibt es einen Referat über die ethischen Aspekte. Für mich ist wichtig zu sehen, dass es sich eigentlich nicht um eine rein ontologische und nicht um eine rein ethische Frage handelt, sondern um eine Frage der philosophischen Anthropologie. Und das führt uns wieder zurück zu Kant. Denn Kant hat ja nach diesen drei Fragen eine vierte Frage gestellt. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch im digitalen Wandel? Und was ist das für eine Welt, die wir da für ihn heute bauen?